Guten Abend, meine Damen und Herren. Der deutsche Kabarettist Didi Halloforden wollte am 10. September bei seinem Auftritt in der CDF-Benefiz-Gala Menschen auf der Flucht, Deutschland hilft, einen Ausschnitt aus seinem Lied Ihr macht mir Mut zeigen. Dieses hatte er anlässlich seines 80. Geburtstags geschrieben. Obwohl der Erlös aus dem Verkauf des Liedes zu 100% an die Flüchtlingshilfe geht, verweigerte ihm das CDF die Ausstrahlung. Doch warum dies? War doch gerade die Hilfe für die Flüchtlinge das Thema der Sendung? Der Grund hierfür ist offensichtlich, denn das Lied gleicht einem Rundumschlag gegen die deutschen Politiker und Hauptmedien. Mit Aussagen wie zum Beispiel »Waffenhandel, Drohnenmord sind der Schlager im Export« oder »Magst du Netanyahu nicht, bist du gleich Antisemit«, formulierte Didi Halloforden seine Kritik überraschend deutlich und bezeichnet die Medien unter anderem als »Rufmordprofis«, die geil auf Totschlagzeilen sind. Mit Kommentaren unter anderem zu NSA, Griechenlandplünderung, Spekulanten sowie der verweigerten Anhörung von Edward Snowden lässt Dieter Halloforden kein aktuelles Thema aus und kommentiert dies in seinem Refrain mit den Worten »So steht's in der Zeitung drin, was glauben die, wie doof ich bin?« Damit Sie sich ein vollständiges Bild machen können, welche Meinungen im CDF zensiert werden, hören und schauen Sie sich den ganzen Song von Dieter Halloforden auf YouTube selbst an. Sie finden diesen unter dem eingeblendeten Link. Dieter Halloforden hat den Song dort selbst eingestellt. Guten Abend. W888 19 Sous W888 WHA W889 W889 Vielen Dank.